Servus Leute, Christian Weckle hier. Diesmal mit einem Tipp aus dem Bereich Webdesign Online Business. Also für alle, die sich durch das Erstellen von Webseiten ein Neben- oder gar ein Haupteinkommen aufbauen möchten, a. Und b. für alle, die dabei auf WordPress verzichten möchten. Das heißt, alle, die nach einer Alternative zu WordPress suchen und darüber eine Webseite aufbauen. Da möchte ich euch heute mal ganz kurz den Internet-Success-Coach vorstellen. Das ist ein Projekt, was von einer Schweizer Firma ins Leben gerufen wurde. Ich habe dort auch schon ein Live-Seminar in Frankfurt am Main zubesucht, habe mir das Ganze mal angehört. Und ja, wie gesagt, wer WordPress nicht zum Blogaufbau oder zum Erstellen von Webseiten einsetzen möchte, für den eignet sich der Internet-Success-Coach als wirklich sehr gute Alternative. Das Ganze ist zwar mit Kosten verbunden, wenn du dort zertifizierter Internet-Success-Coach werden möchtest. Das heißt, für alle, die ein bisschen Budget überhaben und diese Geschichte forcieren möchten, für die ist der Internet-Success-Coach eine optimale Geschäftsmöglichkeit, um ihre Leistungen an ihre Kunden anzubieten und entsprechende Webseiten anzustellen. Das ist ein gigantischer Markt. Ja, das ist die offizielle Webseite hier, internet-success-coach.org. Dort kannst du dich mal, ja, durchscrollen. Hier siehst du auch einige Referenzen schon gleich im Überblick. Und hier siehst du, dass das ein gewaltiger Markt ist mit Webseiten. Denn wenn du dir hier mal die Fakten durchliest, das Internet ist logischerweise der weltweit größte Marktplatz. Man sieht es hier an der hohen Anzahl an Google-Suchanfragen, Tendenz immer weiter steigend. Und dass mittlerweile 96% aller Internetnutzer, ja, beziehungsweise aller Informationssuchenden das Internet als Informationsquelle nutzen, ist schon gigantisch. Aber hier noch die viel beeindruckenderen Zahlen. 50% der Firmen machen keinen Umsatz mehr mit ihrer Website. 20% der Firmen haben noch nicht mal eine Website. Und 3,6 Millionen kleine Firmen in Deutschland haben keine Marketingabteilung für eine erfolgreiche Internetstrategie. Und genau hier setzt der Internet-Success-Coach an. Du kannst Internet-Success-Coach werden, indem du genau hier diesen Markt abdeckst und entsprechende Webseiten mit dem Content-Management-System des Internet-Success-Coaches quasi anbietest. Und wie gesagt, da empfehle ich dir im ersten Schritt, wenn du dich wirklich dafür interessierst, als Internet-Success-Coach, ja, Websites zu erstellen, ohne Programmiervorkenntnisse. Übrigens, alles Content-Management-System-basiert, Webseiten erstellen, die wirklich auch Resultate bringen, Conversion-optimiert sind, also, beziehungsweise der Fokus auf Kundengewinnung, Lead-Generierung liegt. Dann kann ich dir empfehlen, besuch doch mal so ein kostenloses Infoseminar in deiner Nähe. Da werden nämlich einige Termine hier angeboten. Wie du siehst, jetzt hier auch in den nächsten Monaten, Sommermonaten, hier im Juni 2016, egal ob Zürich, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, München. Wenn dort was für dich machbar ist, ja, schaust du dir mal völlig unverbindlich an, ist ganz kostenlos hier, habe ich auch besucht. Und ich habe den Internet-Success-Coach zwar nicht gemacht, weil ich, ja, ein WordPress-Fanatiker bin, der alles über WordPress aufbaut. Aber wie gesagt, wenn du dich mit WordPress nicht anfreunden kannst, dann ist das hier ein super Content-Management-System. Und, ja, das ist ein ausgereiftes und erprobtes Konzept, wie das hier alles schon auf der Webseite steht. Auch perfekt geeignet für Quereinsteiger. Wie gesagt, das sind alles keine Technik-Freaks, die da einsteigen. Aber du kannst wirklich mit dem Content-Management-System, wenn du dich dort einarbeitest und, ja, das Ganze, ja, den Willen hast, das Ganze umzusetzen und Spaß dabei, dann ist das wirklich eine tolle Geschichte, die du hier mit Worldsoft, das ist nämlich die Firma, die dahinter steckt, aus dem Pfeffikon, aus der Schweiz. Und, ja, sehr interessant. Das ist, wie gesagt, hier die direkte Seite, wo du dich anmelden kannst. Das hier zum Beispiel, ich nehme hier am Affiliate-Partner-Programm teil, ist meine Affiliate-Seite hier. Und er kann sich auch noch mal über die einzelnen Produkte genauer erkundigen, über die Preise, die Anleitung, was hinter dem Webdesign-Konzept wirklich steckt, News, was die Business-Suite von Worldsoft ist. Und hier unten siehst du dann auch, dass das meine Partner-Seite ist, wenn man hier ins Impressum geht. Da kann sich übrigens jeder auch anmelden und kann das Partner-Programm, hier siehst du, mein Name hier. Und, ja, kann jeder quasi teilnehmen am Affiliate-Programm und kannst dir das Ganze wirklich noch mal genauer zu Gemüte führen. Ist auf jeden Fall ein heißer Tipp von mir. Du siehst hier auch, dass mittlerweile über 25.000 Firmen auf Worldsoft vertrauen. Trotzdem ist der Markt dort gigantisch, allein im deutschsprachigen Markt. Du hast die Daten und Fakten gelesen und der Bedarf wird immer größer, vor allen Dingen, weil viele Firmen auch eine veraltete Webseite haben, die überhaupt nichts mehr bringt. Und da ist in den nächsten Jahren, Jahrzehnten so viel Nachholbedarf an Webseiten-Erstellungen, dass das schon enorm ist. Und, wie gesagt, klicke dich hier auch mal auf der Affiliate-Seite von mir zurecht hier, weil hier gibt es noch mal weitere Informationen. Denn es kommt ja wirklich darauf an, marketingorientierte Webseiten auch zu erstellen, die über Neukundengewinnung per Autopilot realisieren können. Und hier siehst du noch mal die ganzen Features im Überblick und kannst dir auch ein gratis Report hier zum Beispiel downloaden, um dich erst mal heranzutasten an das Thema. Wirklich ganz unverbindlich. Schau es dir an. Das war mein heutiger Tipp. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Tutorial-Video von mir. Bis dahin, alles Gute. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.